In diesem Quick-Tipp möchte ich dir zeigen, wie du eine Winkelsymmetrale konstruieren kannst. Wir haben hier nun einen Winkel. Dieser Winkel hat den Scheitelpunkt S. Als erstes nimmst du nun deinen Zirkel, stichst in den Scheitelpunkt S ein, wählst einen beliebigen Radius, allerdings bitte nicht zu klein, und schlägst beim Winkel einmal einen Winkelbogen ab. Durch diesen Winkelbogen entstehen nun zwei Schnittpunkte, der Schnittpunkt A und der Schnittpunkt B. Du nimmst dir nun wieder deinen Zirkel, wieder mit einem beliebigen Radius, stichst in den Punkt A ein und schlägst mit dem Zirkel ab. Danach veränderst du den Radius nicht, stichst in den Punkt B ein und schlägst wieder mit dem Zirkel ab. Dadurch erhältst du nun einen Schnittpunkt und dieser Schnittpunkt gibt nun die Lage unserer Winkelsymmetrale an. Mit deinem Geodreieck verbindest du nun diesen Schnittpunkt mit dem Scheitelpunkt S deines Winkels und erhältst so die Winkelsymmetrale. Die Winkelsymmetrale wird mit W-Alpha beschriftet, da, wie du jetzt auch sehen kannst, unser Winkel ebenfalls Alpha heißt. Der Schnittpunkt, den wir erhalten haben, den habe ich in diesem Fall P genannt. Wie auch schon bei der Streckensymmetrale, hängt es von deinem Lehrer oder von deiner Lehrerin ab, ob du die Winkelsymmetrale durchgezogen zeichnest oder so, wie ich es dir jetzt einblende, strichpunktiert. Punktiert. Untertitelung des ZDF, 2020